Hallöchen zu einem neuen Video. In einer stürmischen Zeit, immer noch, immer wieder, geht es im Leben, im Alltag für viele nicht wirklich voran. Aber keine Sorge, das war vorher auch schon so. Jetzt wird es nur im Außen sichtbar, dass man nicht vorankommt. Und so ist es innerlich, man kommt auch nicht voran. Das Thema in der heutigen Zeit ist, sagen wir mal mit der Überschrift, Schutz, sich schützen. Die Regierung will uns schützen vor Erregern. Der Mensch lässt sich also, wie bedienen die Regierung macht und wird uns schon schützen. Wer kann uns schützen? Was kann uns wirklich schützen? Kann man sich überhaupt schützen? Natürlich kann man sich schützen. Man schützt ja zum einen das Kind zum Beispiel. Wenn man an der Straße steht, hält man es fest und beschützt es, zeigt ihm, wie es geht. Doch das wird man nicht ein Leben lang machen, dass man das Kind dann immer noch mit 40 Jahren an der Hand führt. Das heißt, Schutz muss immer von einem selbst kommen. Auch die Regierung versucht zu schützen. Ich sage es einfach mal so, obwohl es nicht wirklich so ist. Und der Mensch lässt sich sozusagen bedienen. Die werden schon wissen, wie es geht. Und das macht man beim Arzt heutzutage auch im Immunsystem. Ich habe tausend Erkältungen im Jahr. Der Arzt wird mich schützen, indem er mir was aufschreibt. Oder ich bin krank. Na ja, dann nehme ich ein Medikament oder bleibe zu Hause. Und dann wird alles wieder gut. Ja, aber die nächste Erkältung, die nächste Krankheit kommt bestimmt. Allergien fliegen jetzt wieder über die Luft, in die Atemwege der Menschen. Was macht man? Medikamente. Was schützt man? Man schützt gar nichts. Denn man wehrt nur ab. Man hat kein Schutzschild. Also nimmt man Medikamente, wenn jemand in die Ritterburg eingedrungen ist. Man nimmt eine Bombe, schmeißt die rein und dann sind die Ritterinnen tot. Nun, was ist mit dem Immunsystem? Wie schütze ich mich? Ich gehe praktisch nur heutzutage meist mit Geschützen vor. Aber man hat überhaupt keine, ja, wie eine Burg, man hat keine Mauern rum. Keine gesunden Mauern, wo man rein und raus kann natürlich. Wenn die nicht da sind, bringt das alles nichts. Dann kommt immer jemand in meine Ritterburg rein. In meinen Körper kommen immer Erreger rein, Viren, Bakterien, Pilze, Sporen und so weiter und so fort. Und man redet immer von Schutz vor Viren. Und der beste Schutz vor Viren ist einfach, wenn der Körper Kraft hat. Wenn der Körper gesund ist, das Immunsystem stark ist. Nicht, wenn ich genug Pistolen habe. Manchmal kommen so viele Erreger, die kann ich gar nicht alle abschießen. Das ist dann so eine Sisyphos-Arbeit. Ich schieße drei ab, dann kommen 50 neue rein. Wir müssen lernen, mit äußeren Angriffen zu leben. Die gibt es überall. Im Körperlichen werden wir täglich von Krankheitserregern angegriffen. In unserem Darm leben Erreger, die uns krank machen könnten, die uns nicht gut tun. Aber wir arrangieren uns mit denen und dann leben wir weiter zusammen, ohne uns zu bekämpfen. Und in der Menschheit ist es auch so, man will immer bekämpfen, bekämpfen, bekämpfen. Warum schützt man sich nicht? Indem man Kraft hat und Energie hat. Und dann kommt ein Mensch gar nicht auf einen zu und will einen, sagen wir, beleidigen oder dumm machen. Das braucht man dann nicht und das kriegt man auch noch nicht. Das heißt, wir schützen uns. Viele schützen sich nur durch äußere Maßnahmen. Aber der Körper ist schwach wie vorher. Und durch diese Krise kommt das alles noch hoch. Es hat sich also nicht wirklich was verändert. Es ist nur jetzt sichtbar geworden. Indem die äußeren Angriffe kommen. Die Viren, denke ich, sind nicht das Schlimme heutzutage, sondern die Maßnahmen, die man so eingetrichtert bekommt. Menschen attackieren sich gegeneinander. Was ist mit dem Miteinander? In der Natur gibt es Gut und Böse. Das wird es immer geben. Und wenn man sich arrangiert mit gewissen Dingen, mit dem Tiger kann ich mich nicht immer arrangieren, dass er mich nicht frisst. Aber mit den meisten Dingen der Natur kann ich mich arrangieren. Ich kann lernen, wenn der Vulkan ausbricht, sollte ich lieber 1000 Kilometer weiter weg sein. Und dann geht es schon. Aber das, was gerade gemacht wird, ist nur Angst, 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 Angst. Und das, was gar nicht gemacht wird, überhaupt nicht, ich habe es noch in keinen Nachrichten gehört, weder im Radio noch im Fernsehen, stärkt euer Immunsystem. Geht miteinander, nicht gegeneinander. Jeder hat eine andere Meinung. Miteinander, mit einem anderen. Oder mit eins einander. Aber das macht man nicht. Wenn einer eine andere Meinung hat, dann gehörst du nicht dazu. Das ist so wie im Kindergarten. Du hast die falsche Hose an, dann gehörst du nicht zu unserer Gang. Und das kann es nicht sein. Wo ist das Immunsystem, dass man stärkt? Nein, man kämpft immer nur. Und das, was beim Kampf immer passiert, ist Tod, Verlust, Zerstörung. Das ist so. Und wenn man miteinander das Leben lebt, mit sich selbst vor allen Dingen und seinen Körper stärkt, dann kann man so viel abwenden, weniger Probleme kommen auf einen zu. Doch wie man so weiß, es wird nicht gemacht. Es wird geredet, alles ist gut, auch in Yoga-Kreisen, alles super, alles toll, Gott beschützt einen. Aber im Leben schaut es wieder anders aus. Ich kann kein Yoga geben, ich habe Geld, ich habe nichts zu essen. Und das, was man immer machen kann, ist seinen Körper zu stärken, sein Geist, sein Immunsystem. Dass man in Zeiten, wenn Krisen da sind, wenn Krankheitserreger rumfliegen, gewappnet ist. Das ist alles. Und die innere Kraft, die nach außen ausstrahlt, macht noch viel mehr als nur, wenn ich sage, ich esse viel Gemüse und Obst, dass mein Immunsystem dem gut wird beispielsweise. Das stärkt den Körper, auch den Geist. Aber wenn der Körper Kraft hat und Wurzeln, wie bei einem Bauern, dann ist der Abwehr stark gegen nicht nur Viren, Bakterien, sondern gegen alles auf dieser Welt, in diesem Universum. Und darum geht es. Das Immunsystem, nicht äußerst, der hat gesagt, wir müssen uns verstecken und abkapseln. Das stärkt ja niemanden. Der Mensch wird nicht stärker dadurch. Weil er alles vorgekaukelt kriegt, du musst es so machen, du musst es so machen, du musst es so machen. Der Mensch hat alles in sich, was er braucht. Er sieht es leider nicht, deswegen braucht er gerne auch mal Führung von außen. Doch wenn man gar nichts macht, ist wie ein Kind, das ich immer nur bemuttere, bis es 18 Jahre ist. Du darfst das nicht, pass auf, wenn du das machst, pass auf, die Herdplatte ist heiß. Das ist einmal gut, nur wenn ich es jeden Tag 50 mal sagen muss und dann immer noch sage, wenn ich genau weiß, das hat es schon gelernt, dann schwächt man einen Menschen nur. Und das ist dann wie dieser Begriff Herdenimmunität. Ja, die Herde. Ich bin ja kein Schaf und renne den anderen Menschen hinterher. Ich muss es genauso machen, wie die und die. Und wie immer in diesen Videos sagt Sensei, es geht nicht um die Tatsache, gibt es das oder gibt es diesen Virus nicht. Sondern es ist ein einfach nur ein paar Gedanken. Was geht ab? Wie lässt man sich manipulieren? Wie stark ist man selber? Wie viel Meinung hat man? Wie gesund bin ich? Wie kraftvoll bin ich? Ob mir das am Arsch vorbeigeht oder nicht? Ja, so einfach ist es. Und wenn man immer nur mitschwimmt im Strom, kann man keine eigene Dynamik entwickeln. Das ist wie beim Radfahren. Da geht man in den Windschatten. Einer fährt vor und ich fahre hinterher und sparre Kraft und im Endeffekt gewinne ich dann vielleicht. Aber wenn es Mann gegen Mann geht, wie schaut es dann aus? Und die Essenz des Lebens ist immer, wo bin ich, wenn ich ganz allein bin? Und wenn ich keine Titel habe, kein Geld habe, nichts habe, wo bin ich dann? Und dann sehe ich genau, hier stehe ich. Ohne Abhängigkeiten. Selbstständig. Der Selbstständige im Beruf weiß, er muss immer selber daran arbeiten, schauen, dass Kunden kommen, dass man Geld verdient, dass man was tut in der eigenen Immunität. Das wird der ortsische Richter. Der gibt mir irgendein Antibiotika zum Beispiel. Aber jeder Selbstständige weiß, wenn ich immer nur Geld von außen kriege oder mir jemand sagt, hey komm, ich sponsere dich, dass du durch die schlechten Zeiten kommst, dann lernt man nichts. Das kann man mal machen, aber auf Dauer gesehen ist das nicht gut. Und beim Immunsystem ist das genauso. Wenn man immer nur von außen vor den Viren, Bakterien wegläuft, stärke ich mein Immunsystem nicht. Wenn ich immer nur Medikamente nehme, stärke ich mein Immunsystem nicht. Das kann man alles machen. Das ist nicht verkehrt. Medikamente und solche Lockdowns haben schon Vorteile. Aber wenn ich mich nur auf dieses eine, auf diese eine Seite verlasse, wird der Mensch nicht bewusster, achtsamer, selbstbewusster und entwickelt eben keine eigene Dynamik. Und dann ist man so wie ein Schaf an der Herde. Und dann ist man herdenimmun. Ja. Und dann steckt man sich eben in der Herde an. Wenn man nur mit einer Herde rumrennt und einer hat irgendetwas, dann steckt man sich wieder an. Ob es Angst ist, ob es ein Virus ist, ein Pilz, eine Bakterie, ist völlig egal. Stärken wir unser Immunsystem. Das ist das, was man machen kann. Man will sich immer schützen, aber das Leben ist nun mal so, man kann sich nicht 24 Stunden nur schützen. Das Leben macht schon so, dass wir auch was zum tun haben. So wie das Kind. Ich kann 24 Stunden rumrennen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das, was sicher ist, es wird mindestens einmal am Tag auf die Nase fallen, weinen, schreien. Und ist es normal. Das Kind interessiert es nicht. Nicht wirklich. Es weint, weil es weinen muss, weinen soll, weil es weh tut. Aber dann geht es wieder ganz neutral weiter. Und das ist normal. Nicht quer gedacht, längst gedacht mit Hut, Aluhut und was für einen anderen Hut. Sondern das ist normal. Dass man krank wird, ist normal. Dass man stirbt, ist vorprogrammiert. Sobald ich geboren werde, lebe ich, sterbe. Das ist normal. Jedes Lebewesen. Auch der Stein stirbt irgendwann. Der lebt halt ein bisschen länger oder ist länger tot. Wie man es nimmt. Darum geht es. Immunsystem stärken. Nicht in einer Herde rumrennen. Die Herde schützt einen nicht vor Angriffen. Vor keinerlei Angriffen. Die beste Aufmerksamkeit schützt einen nicht vor Angriffen. Es gibt immer Erkrankungen, die man kriegt. Leiden. Natürlich gibt es Menschen, die werden 120. Gönnen rauchen, saufen, was sie wollen. Bleiben gesund. Aber das sind ja die Ausnahmen. Die werden halt so geboren. Der normale Mensch, sag mal so, braucht eben diese eigene Kraft, diese eigene Immunität. Und dann wird er gesund und kann sich abwehren. Ja, das Telefon klingelt wieder. Damit beende ich mal das Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.